Hey Leute, was geht? Ich bin jetzt am Start zu einem neuten Video von mir und ja, Geometry Dash ist wieder angesagt und wir versuchen jetzt das zweite Level zu schaffen und ja, gestern kam kein Video, weil ich keine Zeit hatte. Ich war im Kino und hab mir Transformers 4 angeschaut, war richtig geiler Film auf jeden Fall und ja, wenn ihr den kennt oder schreibt es mir heute in die Kommentare, wenn ihr wollt. Okay, dann. Ja, los geht's. So, mal schauen. Eingespielt bin ich nicht. Hab's noch nicht gespielt heute oder seit zwei Tagen nicht mehr, weil ja Weihnachten war und ich hab keine Zeit, weil ich Zeit mit meiner Familie verbracht hab. Okay, gut. Bis jetzt läuft's doch eigentlich richtig gut, würde ich sagen. Nicht. Werbung, warum, warum? Nee, nix, danke. Machen wir es einfach nochmal. So. Ah ja, Diver Place, der hat für mich, schaut mal auf seinem Channel vorbei, ähm, ich werde ihn vielleicht verlinken, ne? Und, auf jeden Fall, der hat für mich ein Get-Away gemacht. Also, der hat so mein, also mein, also mein, oh mein Gott, also was gezeichnet, wo mein Logo draufsteht mit LPS, so richtig cool. Schaut mal da vorbei bei dem, seinem Channel. Also, schreibt doch, er schreibt es jetzt auch gleich unten in dem Video, also, was soll der Kack jetzt? So, die, das war gerade eine Nachricht. Und, warum schreiben die, die ganze Zeit an? Ich hab mich abgemeldet, aber die schreiben immer noch irgendwas. Egal. Okay. Lasst euch davon nicht ablenken. Hab's eh so schnell, wie es geht, weggemacht. Okay. So, mal schauen, ob ich nicht mal weiterkommen, weil, vorhin bin ich immer da abgekackt. Nee, Armee. Immer da. Okay, Leute, jetzt konzentrier' ich mich. Ja, okay. Na, wenn man nicht, oh. Oh, egal, ich will auf jeden Fall noch 50% schaffen, komm. Und die schaffe ich jetzt in dem Versuch. Bin ganz übel abgelenkt. Ey, warum spring ich nicht? Ich kann dieses Spiel nicht. Ich kann es einfach nicht. Tu mir wirklich dafür leid. Es läuft gerade gar nicht flüssig. Nee, es leckt. Bei mir. Bei euch heute nicht, aber bei mir leckt es wirklich richtig. Ist auf jeden Fall kacke. Ich geh mal etwas weiter weg. Ja, da klage, er geht. Okay, Leute, ich bin gar nicht eingespielt. Tut mir wirklich leid. Okay, jetzt aber. Nee, Leute, jetzt raste ich gleich sowas von aus. Ich finde, das hier meine erste Rage-Folge. Komm. Komm mal gar nicht mit. Doch, schon, aber Hier ist Wein, Stefan. Spaß, komm. Nein! Nein! Oh, nein! Komm, 50% will ich noch schaffen. Bitte. Jedenfalls ist es dann die Hälfte. Spiel, du. Spiel, bitte. Spiel hier. Hallo, hast du mich gehört? Ich möchte die Hälfte schaffen. Ich möchte die... Oh Gott! Das wird die erste Rage-Folge. Oh mein Gott. Bin ich? Ich habe gerade kein Gefühl für dieses Spiel. Ich habe recht gerade überhaupt kein Gefühl. Wenn ihr noch mehr von dem Spiel sehen wollt, dann schreit lasst mich mit einer positiven Bemerkung. Ja, immer Werbung, gell? Immer Werbung. Zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Also, heute kacke ich echt oft ab. Auf jeden Fall. Ich habe mir noch drei Versuche, dann ist die Folge zu Ende, weil es einfach keinen Sinn hat. Wenn ich so schlecht bin und das dann überhaupt spiele. Weil das ist dann nur richtige Zeitverschwendung. Gott! Okay, nee, ab 16 Versuch... Was, ich habe schon 23 Versuche? Oh Gott. Okay, komm, Leute, ab 25 ist aus. Ist einfach nur aus. Mein Gott. Okay, Concentration, Concentration. Ja, okay. Okay. Das zählt nicht. Das war einfach viel zu schnell. Concentration. Ja. Ja. Okay, komm. Nee, Leute. Also, ich weiß es auch nicht. Nee. Letzter Versuch, Leute. Letzter Versuch. Seid mir bitte nicht böse, dass ich so schlecht bin in dieser Folge. Oder auch insgesamt schon schlecht war. Meine Frisse! Okay. Leute, ich krasse gleich sowas von aus. Über 30 Versuche und wir haben nämlich mal 50% geschafft. Das ist doch peinlich, aber das Blöde ist an diesem Spiel. Entschuldigung für die Kratzerwarte im Hintergrund. Mann, ich habe gerade... Oh mein Gott. Okay, ich nenne die Folge Welch-Folge. Ja, das könnt ihr mir glauben. Mann! Boah! Ich glaube, ich werde dieses Spiel nicht mehr spielen, weil ich gucke mal, Leute. Das ist einfach nur sowas von... Ich kann das nicht. Ich gebe es zu, Leute. Ich kann das Spiel einfach nicht spielen. Tut mir leid, weil es jetzt ein wenig laut ist bei euch wegen meiner Stimme, weil ich immer so laut rede. Aber es muss einfach sein jetzt. Weil gerade bin ich nicht gut drauf. Nicht so gut drauf. Aber ich nehme auf, wie ich gedacht habe, dass ich jedenfalls ein bisschen gut bin. Okay, jetzt versuche ich mal wieder, mich zu beruhigen. Ja, war so klar. Es war klar? Nee. Nee, ab 40 Versuche ist es echt aus, Leute. Da gebe ich jetzt mein Wort drauf. Da gebe ich mein Wort drauf. Okay. Leute, in der nächsten Folge mache ich es so. Ich mache es immer so. Ich probiere ein Level mit Musik und dann einmal ohne Musik. Also ein Part. Mit Musik und ohne Musik. So mache ich das ab jetzt. Wenn es mit Musik besser klappt, ne, irgendwann mache ich nur mit Musik, Leute. Der Diver Place hat mir auch übrigens verraten, dass es was bringt, wenn man den Rhythmus von der Musik kennt. Okay, Leute. Das war's. Das war's. Ja, Leute. Wenn euch meine erste sozusagen kleine Rage-Folge gefallen hat, ja, lasst eine Bewertung da. Daumen nach oben oder, ja, Kommentar oder Abo, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann haut rein, euer Destroyer-LP. Und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.